Musik Hallo Leute, willkommen zu der weiteren Folge GameZoMontag. Heute mal mit einem Spiel für das gute alte NS. Und zwar habe ich heute folgendes, nämlich das hier. The Guardian Legends. Sehr schönes Bild, wie ich finde, ja, gefällt mir gut. Ich habe mal ein bisschen was von dem Spiel gesehen, es sah ziemlich interessant aus. Deswegen habe ich mir das mal geholt und ja, leider habe ich mir nur die Cartridge leisten können. So sah das Ganze aus. Original Verpackung bei uns in Europa. Erschienen 1990. Aber das Spiel gab es auch noch. Natürlich mit anderem Cover, würde ich sagen, ja. Und zwar in Japan und Amerika sah das Ganze so aus. So zum Vergleich. Ich finde, beide haben so ihre Vorzüge. Aber mir gefällt eigentlich, ja doch, unseres hier wesentlich besser vom Design her, ja. Wie gesagt, ein kleines bisschen weiß ich, wie es aussieht. Und ich freue mich ehrlich gesagt auch drauf, denn es könnte wirklich etwas sein. Aber viel mehr weiß ich davon nicht. Und deswegen würde ich sagen, legen wir mal los mit The Guardian Legends. The Guardian Legend. Okay, wir drücken mal Start. Ähm, ja, und? Okay, doch, die Musik hat was. Gefällt mir. Okay, neues Spiel. Und dann haben wir... Oh, oh, okay. Gut, wir können uns bewegen. Wir können hier nichts. Hier kann ich... Wow, was war das? Wow, uh, uh, uh. Das war nicht so gut. Okay, wir können mit B, können wir schießen. Und... Äh, ja gut. Für mich als nicht geübten Spieler hier gerade, ist das gerade ziemlich schnell und heftig, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, ob es hier Dinge gibt, die ich einsammeln darf oder sollte. Oder ob ich einfach nur alles töten will. Zum Beispiel das da. Kann ich das einsammeln? Meine Schüsse prallen ab. Ich nehme an, wenn ich es einsammeln dürfte, wird meine Schüsse durchgehen. Okay, schön. Ähm. Das wird jetzt langsamer. Hallo. Ich lasse mich gerade von allem treffen. Würden diese Dinge da petentlich weggehen? Äh, was jetzt? Wie gesagt, ich weiß nicht wirklich viel von diesem Spiel, ja. Deswegen habe ich da so ein bisschen ein Problem. Oder werde ich bekommen, vermutlich. Oh, die können auch zurückschießen. Ja, fantastisch. Oh mein Gott. Okay, aber ich dachte, das Spiel sei auch noch irgendwie anders aufgebaut. Und nicht nur so ein Shooter. Was jetzt? Oh oh, Alarm. Alarm. Oh. Oh, was? Was? Äh. Was muss ich jetzt treffen? Aha, irgendwas. Und ich sollte im Idealfall nicht getroffen werden, nehme ich an. Okay, hab verstanden. Äh. Okay, ich werde gerade sehr gut erwischt. Von allem und jedem. Hört doch sowas nicht, Leute. Da waren... Herz, dachte ich mir. Das Herz war scheinbar nicht für mich gedacht. Äh, ja gut. Ich hab's jetzt schon mal gut verkackt. Was zum Geraten? Wir starten von vorne. Game over. Äh. Ja gut, das Ganze noch... Oh Gott. Das Ganze noch einmal. Wuff, okay. Ähm. Aber wie gesagt, ich glaube, es gibt auch noch eine Art anderer Modus hier, den man spielen kann. Oder muss. Oder ich hab doch keine Ahnung. Nicht nur so ein Shooter. Hm. Nicht nur ein Shooter. Nein, es sollte noch was anderes geben, glaube ich. Jetzt hört doch auf, von allem getroffen zu werden hier. Ah. Leute, das wird irgendwie nix. Äh. Das kann ich auch nicht kaputt machen. Hier diese... Mod, doch, das, das konnte ich kaputt machen. Ich kannte doch solche Spiele nicht. Besonders, wenn ich sie nicht kenne. Ja, wenn ich sie nicht kenne, dann... Alter. Jetzt wird es wieder langsam. Und das irritiert mich, so dieser Geschwindigkeitswechsel gerade. Gott. Das irritiert mich wirklich sehr. So, bekomme ich jetzt irgendwie einen Power-Up oder so? Was bedeutet das da unten eigentlich? X und Y. Eine ernst gemeinte Frage. Und lasst es jetzt mal. Ach doch, da... Habt ihr das gesehen? Da war was drin. Hab mir aber nicht viel gebracht. Ich bin gleich wieder tot. Also war das Herz vermutlich doch was zum Aufsammeln vorhin. Okay. Ich glaube, es ist nicht dumm, wenn ich jetzt hier relativ weit unten bleibe. Und ich primär... Oh, doch. Ganz unten bleiben ist... Ist ein Problem. Okay. Konzentration. Konzentration. Kann auch immer draufhalten. Äh, shit. Shit, shit. Ich würde sagen, ich erledige erstmal noch das Ding da oben, das permanent ballert. Da ist was für mich. Herz. Yes. Okay, und jetzt die rechte Seite. Oh. Hör doch mal auf, Mensch. Okay, zuerst das Schussteil da oben. Okay, eines ist weg. Und da ist wieder ein Item für mich gleich. Komm, 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 komm. Gib mir das. Herz. So. Mein Gott. Jetzt wurde das langsam ein bisschen übersichtlich. Ich wurde getroffen wie ein Anfänger. Gut, ich bin ein Anfänger. Was haben wir da? Ja, dieses rote Teil, da ist was drin für mich. Eine Kugel. Weiß ich nicht, was das ist, aber... Ich hab's gar nicht geschafft. Trotzdem, gib mir das noch. Noch was, okay. Und Siegesmusik. Und ich habe da unten Chip 50. Was? Wenn jemand das liest, habe ich versagt. Wie geht's jetzt weiter? Äh, was? Mit B, aha. Dieser Stern, Nayu, war unser Zuhause. Aber wir wurden überfallen von einer bösen Lebensform. Äh. Ja, jeder wurde getötet halt, ne? Was hab ich... Was? Ich kann mich bewegen. Äh. Ich wollte die Selbstzerstörung aktivieren. Oh, sorry, meine Stimme. Äh. Wenn ich, ähm, versagt habe und so, ne? Äh. Kannst du das bitte machen? Und zwar, ja, auf einem anderen Weg. Selbstzerstörungsmechanismus. Ist geschützt von einem Sicherheitssystem. Äh. Ja, ja, ja. Irgendwo ist das halt, ne? Ja, gehe tief in den Planeten rein und so, ne? Alle zehn Sicherheitsdinger für die Selbstzerstörungssequenz zu aktivieren. Ich hab nicht mehr viel Zeit. Ich hoffe, diese Nachricht wird irgendjemand lesen. Ähm. Ja, und wird sehen, dass ich gefehlt habe. Okay, was? Ich bin jetzt sie hier, ne? Was? Hab ich grad geportet. Ah, so sieht das jetzt aus. Äh. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Ja, so, so dachte ich mir, sieht das Spiel aus. Ah, gefällt mir. Kann ich das verschieben? Ne, nicht Zelda. Kann ich mit A, kann ich nichts tun? Mit Start kann ich das machen? Also Pause. Se- Select. Oh, mein Gott, hier kann ich noch Items haben. Attack, Shield, Weapon. Aha, ich bin jetzt da unten, nehm ich an. Das blinkende Teil und... Nach oben links muss ich dann vermutlich. Alles klar. Da, was? Oh, ich kann hier alles kaputt machen. Außer das da. Außer das da. Ah. Ah. Öh, was sind das für... Was sind das für Dinger? Kann die nicht zerstören irgendwie. Ich geh mal hier weiter. Und dann blick ich nochmal auf die Karte. Ja, doch, das da unten bin ich. Äh, geht weg hier. Komischen Dinger hier. Ah, ich kann auch nach schräg oben ballern. Sehr geil. Oh. Das hab ich jetzt gefunden. Eine Art Schwert. Kann ich's jetzt auswählen oder so? Das hier. Schüsse. Zwölf. Äh. Jetzt hab ich das. Yeah. Möchte ich gleich mal testen. Aber nur einmal. Okay, pass auf. Tschung. Tschung. Okay. Ich sag dir nur einmal. Nicht alles aufbrauchen hier. Äh. Nichts benutzen. So. Ah, ich finde das verschiedene Waffen, die aber leer gehen. Alles klar. Hier würde ich gerne alles vernichten. Denn vielleicht bin ich noch mehrere Items. Aber diese blauen und roten Teile kann ich scheinbar nicht zerstören. Oh, ist das ein Schlüssel? Oder? Hä? Was ist das? Was ist das für ein Teil hier? Kann ich das mit A irgendwie verwenden? Oder, oder? Muss ich jetzt hier vielleicht mit dem drauf schießen oder so? Nee. Was ist das? Okay, wieder das wegmachen. Keine Ahnung, was das ist. Aber wir gehen einfach mal nach oben links auf der Karte. Wie? Alarm! Okay. Das hätte jetzt ins Auge gehen können, nehme ich an. Deswegen einfach hier. Na? Ihr wisst schon. Oder war das da unten jetzt so ein Siegel von diesen 10, die uns da berichtet wurde? Hm. Könnte sein. Vielleicht ist hier Nummer 2. Moment. Das vorhin war eine Art Schlüssel. Das ist eine Art Mut. Vielleicht wird das noch wichtig. Und jetzt hier schnell nach oben. Okay, das geht's. Dann haben wir U-Gegner und zwei U's quasi. Kommt her, Gegner Lines? Ihr seid ein bisschen viele. Kleines bisschen nur. Kommt doch näher. Yeah! Fress mein Laser! Spiel ist gerade wirklich sehr schick. Gefällt mir. Das krieg ich nicht kaputt. Meine Stimme, Leute. Sie bringt mich um. Ich muss das immer wieder ein bisschen rausschneiden. Sonst klingt das ziemlich bescheuert. Kann ich euch nicht zerstören? Was war das jetzt? Lass mich doch gehen. Kann ich euch nicht zerstören? Weiß ich nicht. Doch. Stimmt. Was ist das für ein... Was ist das für ein Smiley? Ähm. Oh, hab ich jetzt noch... Ich hab eine neue Waffe. Alter. Alter, ich hab eine neue Waffe. Damit gehen die Gegner jetzt viel schneller down. Ja. Oh, wie geil. Was ist das? Erz, cool. Karte, bitte. Oh, wir sind gleich da, Leute. Wir sind gleich da. Oder ist hier einfach nur wieder... Äh. Doch, ich komm da durch. Wollte schon sagen. So, was ist jetzt hier? Ein... Oder... Ne, das ist hier ein Teleporter, oder wie? Der bringt mich jetzt wohin? Muss ich hier schon hin? Ich betrete ihn mal. Korridor ein. Was? Was? Was kann ich jetzt... Oh. Was? Was bringt mir jetzt das? Was bringt mir jetzt das? Ganz im Ernst? Äh. Doch, das kann ich jetzt abballern. Aber... Was bringt mir das jetzt? Ich kann auf jeden Fall wieder zurückgehen. Habe ich jetzt ein anderes Ziel auf der Karte? Ne. Hä? Was bringt mir denn das? Verstehe ich nicht so ganz. Das hier, ne? Ich verstehe die Karte nicht. Oder habe ich jetzt vier solche Teile und ich brauche acht hier rundherum, oder so? Das weiß ich gerade noch nicht. Gehen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter. Vielleicht würde es mir was bringen, wenn ich eine Anleitung dazu hätte. Oder irgendjemand von euch kann mir das Spiel erklären. Das wäre natürlich auch was. Wow. Nicht in den Gegner reinlaufen. Oh, komische Flugviecher. Möchte gern zu, Batz? Ne. Ihr seid überhaupt nicht schnell unterwegs oder so. Ne, ne. Ne, ne. Ich muss erstmal hier ein bisschen aufräumen hier. Autsch. Nun, komm her. Du dämliches Kackvieh. Danke. So, was haben wir hier? Eine Art Donut? Den hab ich jetzt eingesammelt. Den hab ich jetzt. Schüsse 100. Lass mal sehen. Äh, bringt mir aber nicht viel, oder? Ne. Achso, achso, achso. Achso funktioniert das. Okay. Cool. Äh. Okay, aber ich möchte das nicht direkt alles verwenden. Ich bin so jemand. Ich spare mir solche Scheiße immer auf. Was ist das da? Achso, die Chips. Äh, krieg ich nicht kaputt hier. Bin ich eine andere Waffe oder so? Oh, doch. Jetzt ist es kaputt gegangen. Hm. Eine Art... Recht winkeliges Dreieck, meine Kinder, ja. Hm. Aber was nun? Muss ich hier wirklich, äh... 15, 18 solche Dinger finden? Die haben wir begonnen, auf jeden Fall. Ne, da oben haben wir begonnen. Okay, aber... Wir sehen leider nicht, in welchen Räumen wir schon waren. Das würde das Ganze ein bisschen erleichtern. Hm. Aha, so droppt ein Item. Wenn da so eine bunte Wolke erscheint, ja. Das ist gut zu wissen. Dann haben wir wieder jede Menge... Hm, das war dumm. Das war dumm. Ja, mir gefällt das ganze System hier gerade. Äh, würdest du bitte... Danke. Ich weiss nicht, weshalb, aber... Ich mag es gerade wirklich sehr. Wenn ich so noch wüsste, was ich machen muss... Wüsste ich schon wieder... Autsch. Wüsste ich schon wieder ein bisschen mehr. Ja, ich bin ein bisschen klüger. Da braucht es doch nicht viel. Oh Gott, wir beeilen uns. Äh, war ich hier schon mal? Kriege ich jetzt das irgendwie auf? Vielleicht damit. Ah, so, ja. Ach so, das Schwert bleibt dann. Ach so, oh, das ist geil. Da ist geil. Äh, aber weg. So. Ne, 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 das... Oh Gott, ich hab's gehört. Nicht mich einsperren, danke. Ja, und da ist vielleicht die nächste Sicherheitsschleuser. Meine Fürchten ist gerade, dass ich... Hä, was bringt mir das? Muss ich die mir aufschreiben oder so? Ich versuch einfach mal alle zu finden. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mehr als vier. Hm. Hier sind nur Gegner. Für mich unrelevant scheinbar. Gehen wir noch hier nachschauen. Ah. Ah. Fucking Dinger. Würden ihr mich bitte in Ruhe lassen? Danke. So, wir brechen jetzt durch. Das war kein guter Zeitpunkt. So, 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 so. Ja, mehr dürfte es hier nicht mehr geben. Bums. Okay, lassen wir stehen diesen Stein. Und ich entschuldige mich für meine Stimme. Wie gesagt, ich bin ein bisschen angeschlagen. Äh, wieder spiegelt sich auch in meiner Stimme. Oh, wir haben hier ein Kreuz. Ja, und wie gesagt, die Stimme, sie kackt oft ab und klingt noch beschissener als sonst, ja. Aber ich hoffe, man möge mir verzeihen. Ich spiele dafür auch extra für euch dieses coole Spiel hier. Ernsthaft? Mir gefällt's. Nochmal ein Kreuz. Autsch. Gibt's hier von jedem zwei? Könnte das sein? Wer das weiss, der weiss mehr als ich. Hier waren wir, glaube ich, schon mal. Sagt mir was. Was ist hier? Eins am Block. Nochmal ein Teleporter. Äh, was? Ich habe sechs Siegel sehr gut gesetzt. Du wirst brauchen eine spezielle Waffe, um sie zu zerbrechen. Hab ich? Das reicht jetzt schon, oder wie? Das fände ich cool. Ich habe eine Spezialwaffe. Hat gepasst. Sehe ich denn irgendwo meinen Fortschritt oder so? Ah, dieses X und Y da. Ist das meine Koordinate? Moment, das müssen wir jetzt mal kurz testen. Verändert sich das jetzt? Ja, das verändert sich jetzt. Ah, ha, 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 ha. Hier waren wir noch nicht, oder? Habt's jetzt auf jeden Fall mal aktiviert. Bleibt das aktiviert? Ist gerade so meine Frage. Nee. Oder muss ich damit was machen? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Ich muss das freilegen? Oder muss ich damit auch noch irgendwas tun? Das kaputt machen? Irgendwie kriege ich doch das hin? Au. Lass mich in Ruhe. So. Ich habe wieder kaum mehr Energie. Das finde ich nicht so gut. Mein Laser ist eigentlich gut genug für alles hier. Au. Fucking tile. So, wir gehen jetzt. Hier oben links war es doch irgendwo. Oder? War es hier? Sterb, 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 sterb. Danke, der ist das nicht durch. Hier kriege ich noch ein Item. War das ein Herz quasi? Ja, es war ein Herz. Nee, er hat das... Wo war der Teleporter? Ich könnte kurz auf die Karte blicken, aber... Nee, jetzt nicht. Doch, muss ich. Ah, noch zwei hoch. Alles klar. Äh, shit, shit, shit. Ich stecke fest. Hm. Wie gesagt, es gefällt mir gerade sehr gut. Weiß aber leider nicht, was ich tun muss. Ich muss Siegel brechen. Hier hat sich jetzt aber... ...überhaupt nicht getan. Hä? Hä? Sieht für mich so aus, als ob ich irgendwas, äh... Ne? Weiß ich nicht. Leute, gebt mir mal kurz einen Moment, okay? Okay, keine Ahnung. Ernsthaft? Keine Ahnung, was ich hier machen soll. Aber, ich glaube, ich kann hier noch andere Orte aufsuchen. Wenn ich mich nicht irre. Wir haben hier eben gestartet. Wenn ich jetzt diesen Raum noch finden würde. Das sagt mir auch nichts hier. Hier ist noch mal ein Teleporter. Äh... Äh... Da ist da noch mal einer. Äh... Äh... Hier kamen wir her, ja. Glaube ich. Oder? Äh... Bums. Hä? Nee. Hä? Wo kamen wir noch mal her? Ist hier noch irgendwo was drin für uns? Irgendwo unten in der Mitte. Was ist das jetzt hier? Die Räume sehen alle gleich aus für mich. Au. So. Was haben wir hier? Nochmal ein Tele... Was? Äh... Was willst du dir das kaufen? Äh... Für Powerchips? Ich habe aber nicht so viel. Aber nicht so viel. Was gibt's hier unten? Ich hab nur 100. Wo soll ich mehr herkriegen? Wirst du das kaufen für 300? Hm. Kann ich mir auch nicht leisten. Na toll. Okay, ich brauche mehr von diesen Chips. Woher habe ich diese 100? War das quasi der Startbonus, den man hat? Oder wie? Was ist jetzt das hier? Äh... Ah, jetzt bin ich der im Startraum. Ich bin doch da unten entlang gegangen, oder? Ah... Aber... Was, was, was möchte ich hier eigentlich? Äh... Nein, nicht nochmal Tele... Oh Gott. Was? Record your... Process? And press A. Ah. Ah. Was? Was? Ah, so könnte ich dann laden. Aha. Wrong. Ja, ja. Go out. Ah, okay. Man kann hier speichern. Das ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Ah, sympathisch spiel. Sehr, sehr sympathisch. Nochmal ein Teleporter. Und irgendwas habe ich eingesammelt. Eine... Was? Eine runde Kreatur in diesem Raum. Ich würde... Ja, für Chips würde ich den Item geben. Oder irgendwo ist eine runde Kreatur so halt. Das sind halt so Tipps. Ah. Und das kann ich mir kaufen. Hier. Was bringt mir jetzt das? Kann ich schneller schießen, oder was? Ja gut, dann habe ich jetzt was gekauft. Oder muss ich das zuerst aktivieren? So, jetzt habe ich das. Wow. Das sieht mir stark aus. Habt ihr gesehen? Diese Schallwellen da. Das kann ich mir ja nicht leisten. Aber ganz viele... Das kann ich mir jetzt auch wieder nicht leisten. Das da. Und? Glück. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo ich hingehe. So. Dann waren wir jetzt überall. Und ich würde gerne meine Waffe wieder ablegen. Ich möchte nicht alles verbrauchen. Wobei, es bringt mir nichts. Das ist nur ein Game zum Montag. Aber trotzdem. Aber meine Schussrate ist schon ziemlich gut, möchte ich sagen. Aber, wie gesagt, was suche ich eigentlich hier? Wow. Seht ihr, wie ich hier durchbreche? Das ist ein Kreuz. Wie gesagt, was mache ich damit? Bitte, Leute. Irgendjemand. Irgendjemand. Wobei, ganz viele Leute werden das Spiel kennen. Aber es steht niemand, der sich dieses Video ansieht. Falls doch, bitte erklär mir, was ich hier machen muss. Mir gefällt das Spiel gerade wirklich richtig gut. Aber wenn ich nicht weiß, was ich machen muss, dann, ja, ist ein bisschen blöder. Ich kann auch hier nicht agieren damit. Versteht ihr? Oder habe ich jetzt einen speziellen Raum noch nicht aufgesucht? Das verstehe ich halt noch nicht. Versuchen wir mal hier. Das sieht doch speziell aus. So ein Endraum. Doch, hier waren wir auch schon. Ich erinnere mich. Mit diesen ganzen komischen Scheiß Gegnern hier. Da waren Viereck. Was soll ich mit diesen komischen... Symbolen da? Wie gesagt, ich dachte, ich muss die jetzt so aufdecken und so. Und dann ist das quasi so ein Siegel oder irgendwie sowas. Aber scheinbar nicht. Wirklich scheinbar nicht. Ja, lass mich durchbrechen. Ah, ich würde jetzt gerne noch viel weiter spielen. Aber wie gesagt, ich bin gerade überfordert damit. Was haben wir hier noch? Weiche schon mal. Ich glaube nicht. Noch ein Teleporter. Äh. Ja, hier doch. Hier war ich schon. Das habe ich aufgemacht. Aber was bringt mir das? Das habe ich doch schon aufgemacht. Äh. Wie gesagt, dann muss ich irgendwas tun können da bei diesem Raum? Der mir auf der Karte markiert wurde. Aber was? Ob ich jetzt hier alles wegfräse? Das ist ultra geil. Weil außer die hier, die kann ich natürlich nicht besiegen. Aber ich verstehe sie mittlerweile. Die blauen gehen von oben nach unten und die roten von links nach rechts. So kann man eigentlich gut arbeiten. Doch. Ist fair. Gefällt mir. So, hier war die definitiv auch schon. Ja, das war dieser komische Schlüssel da. Hier ist es noch nichts. Erst hier oben müsste es sein. Hä? Noch weiter oben? Dann war es hier. Ja, dann war es hier. Möchte ich mich jetzt nochmal hier drin umsehen. Wenn ich jetzt hier nichts finde, dann... Ja, muss ich leider abbrechen, würde ich sagen. Korridor 1. Halt hier! Ne, hä? Was? Ah ne, das klingt nur so, wenn ich gegen die Wand schieße. Aber hier mit diesem blauen, da muss ich doch was auf sich haben. Da muss ich mal alle Waffen durchgehen. Oder hier irgendwie eine Verbindung herstellen oder so. Oh! War das jetzt richtig, oder muss ich nur lange genug Schaden machen? Okay. Das war jetzt eigentlich nur so eine blöde Idee. Oh, was, wir transformieren uns! Oh, wie geil! Oh, Leute! Oh Gott. Doch, ich kann über die Berge hinweg. Oh Gott, ich liebe das Spiel gerade. Ich weiss nicht genau, warum das funktioniert hat, aber es hat funktioniert und das ist eigentlich so die Hauptsache. Ups. Oh Gott! Okay, ich möchte die Fische töten. Ich möchte die Fische sowas von töten. Im Idealfall früh genug. Aber es sind ein bisschen zu viele. Kann ich hier die Waffe auch wechseln? Oh, das wäre geil. Gib mir das hier. Oh ja, ich kann die hier auch benutzen. Oh, wie geil! Stirb! Stirb, 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 stirb! Shit, ich kriege die Däger nicht auf! Diese Bonus-Teile, da brauche ich meine normale Waffe und ich bin gleich tot. Scheiße. So, 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 so. Alles gut. Gut, meins. War das Energie? Ich denke nicht. Äh, ouch. Ja, du geh bitte weg. Du auch, danke. Du auch. Äh, geh weg. Geh weg. Yes! Alle weggehen, alle weggehen. Nein, nein, nein. Nicht sterben. Oh, mit dieser Waffe hier ist ja mal ultra geil. Äh, gib mir was! Energie! Yes! Oh mein Gott. Äh! Ich finde gerade den Mix cool zwischen diesen kurzen Ballersequenzen hier, ja? Und halt diesem, 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 ja, diesem anderen Modus da. Ich finde das gerade fantastisch. Oh, halt hier droppt was. Na, ah doch, ich habe die Energie gekriegt, glaube ich. Ich habe es doch gesehen, da ist ein Loch. Was ist das jetzt? Oh Gott, das kommt immer, lass mich raten, das ist der Boss, oder? Gib mir das, gib mir das, gib mir das. Sehr gut, sehr gut. Ich kann die Raketen auch irgendwie treffen. Sollte ich dann im Idealfall auch tun, nehme ich an. Äh. Diese Raketen sind irgendwie gut. Äh. Für mich, meine ich, sind sie nicht gut, aber für den Gegner. Da, 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 da. Die Musik ist auch cool. Oh nein, nochmal so ein Typ. Okay, ich sollte mich darauf konzentrieren. Auf jeden Fall die Energie einzusammeln und möglichst viele Gegner hier direkt zu töten. Nicht, dass sie dann für mich noch eine Bedrohung werden. Okay, ich habe wieder was. Was ist das Rote da? Ein Todesrochen. Teufelsrochen. Äh, nein. Nicht mich alle treffen. Geh weg, du Scheissschuss. So. Ich habe kaum mehr Energie, Leute. Hm. Na, Boss? Irgendwie noch nicht so richtig. Ich wechsle mal die Seite, ich weiß nicht, ob das gut ist. Hab's das Gefühl, nicht. Ah, da, 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 da. Weiss nicht, ob ich das Vieh unter mir haben möchte. Wohl eher nicht. Oh, Energie, bitte. War das Energie? Hab's das Gefühl, nicht, ich brauche Energie. Ich bin gleich tot. Bin gleich... Nee, ich bin nicht tot. Hab ich Energie gekriegt? Warum? Oder hatte ich ein Leben? Kann alles sein. Ist doch jetzt mal gut, oder? Jetzt kommt lange nix. Heißt Boss-Time, oder? Ich rieche es doch. Ich hab Angst. Ich hab noch hier meine... meine Schüsse da. Kann das noch... Stirb! Stirb! Oh Gott. Ins Auge, nehm ich an. Mach ich dir Schaden? Mach ich ihm Schaden? Ich weiß es nicht. Das da! Das da! Oh, da war irgendwas Gutes, glaub ich. Mach ich ihm Schaden? Hab's das Gefühl, nicht. Bin tot. Nee. Nein, gib mir das! Nein, ich bin... Ich bin tot. Hab ich ihm Schaden gemacht? Okay, das Spiel scheint heftig zu sein. Aber ich wusste auch nicht, ob ich ihm Schaden mache, oder so. Aber der war jetzt echt heftig. Mit seinen Raketen und so, meine ich. Ansonsten wäre der einfach gewesen. Und ich würde wieder bei diesem tollen, tollen... Äh, Kügelchen hier anfangen. Leute, das Spiel ist fantastisch, aber... Was? Nee, nee, nee. Das Spiel ist fantastisch, aber auch ein bisschen schwer. Aber ich denke, man könnte reinkommen. Aber ich denke, das reicht's. Das war's für heute mit Game zu Montag. Mit dem Spiel The Guardian Legend. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!